Hey Kai, was? Ja, der Sellner sagt halt so, Nö, die Subventionen in dieser Zeit und dann sind wir hier zu Arbeitsplätzen und dann sind die Metallgeist nach Polen und da zahlen die halbe Gehalt dann gehen die Tschechen, zahlen die vierkige Gehalt und dann schiebt sie uns die gescheiße der Arbeitsamt und dann sagt keiner hört zu und jeder schläft und es ist es ist, es ist, es ist, es ist, es ist ja, ja, egal, ja, ich such mal die die Leichtung im Gezinken und dann sagt noch so, es ist mir egal, es ist mir ein Termin und ich mach das mal, das mach das mal, das mach das mal, das mach das mal ich hab da mal, die Kermaschine hab nicht zugehört ich hab das mal gesagt, das ging, ich hab das so Schwul ist auch wahr, Alter. Schwul ist auch wahr.